Hey Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal LACHEL. Heute werden wir uns bei der Webentwicklungsreihe einfach mal damit beschäftigen, wie wir unseren Code, unseren HTML-Code und unserem HTML-Formular besser strukturieren können und wie wir ihn auch gleichzeitig mit ein paar Hyperlinks versehen können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Intro wieder. Da sind wir auch schon nach dem Intro. Wir werden uns jetzt als allererstes damit beschäftigen, wie wir unseren Code besser strukturieren können. Dafür gibt es zwei nette Kleinigkeiten, die wir jetzt einfach mal hinzufügen. Und zwar ist es einmal der Head-Tag. Der Head-Tag. So. Der Code gehört hier nicht rein. So. Und dann haben wir noch einen weiteren Tag und zwar nennen wir den einfach, und zwar ist das einfach der Buddy-Tag. Mit dem Buddy-Tag können wir auch eine ganze Menge cooles Zeug machen. Und zwar können wir hiermit nämlich einfach den Code strukturieren, wie ich es schon erwähnt hatte. Ja, okay, gut. Geht nicht. So, dann müssen wir das einfach so machen. Dann machen wir den Teil hier weg. Und gehen nicht da. Gehen hier vor. Und sagen dann hier einfach Slash Buddy. Genau. So. Dann können wir hier jetzt noch reingehen und können hier auch noch einen netten Tag hinzufügen. Und zwar nennen wir den, das ist der Title-Tag. Mit dem Title-Tag können wir unser Formular umnennen. Dann heißt das nicht mehr Index-HTML oder so, sondern dann heißt das jetzt einfach unser Website-Tutorial. Nenne ich jetzt mal. So. Und das, da werden wir jetzt nichts sehen können auf der Website. Das ist jetzt einfach nur zur Strukturierung, damit wir wissen, was eben halt ein Head ist und was eben halt zum wirklichen Code zählt. Was wir jetzt aber dann sehen können auf der Website ist tatsächlich eine Kleinigkeit. Und zwar ist das der A-Tag. Und zwar A-H-R-E-F. So. Und dann können wir hier jetzt eintragen eine URL. Also einen Link, den wir haben möchten. Ich habe hier einen kleinen Link, den ich gerne auf die Website packen würde. Ich glaube, ihr alle kennt den Link, sonst werdet ihr, glaube ich, nicht bei diesem Kanal gelandet hier heute. So, und zwar ist das unser Tag von unserem YouTube-Account. Also unser, nicht Tag, aber ich glaube, ihr wisst es. Ähm, so. Und jetzt können wir hier noch reinschreiben, wie das da stehen soll. Und dann sage ich jetzt einfach mal, abonniert, abonniert, lache. Das wäre natürlich auch von eurer Seite ganz cool, wenn ihr das einfach mal machen müsstet. Das ist ein komplett kostenfreies Abonnement. Ähm, und ihr würdet uns damit sehr unterstützen, damit wir im Teil weiter und immer weiter wachsen können. Gut. Ähm, dann haben wir dann einfach nur abspeichern. Und dann haben wir hier unser nettes Formular. Und, ta-da-da-da, haben wir unsere Website. So, und dann können wir jetzt hier auch raufgehen, abonniert, lache. So, und dann sind wir hier und dann klickt ihr einfach mal, ich müsste dann hier der Abo-Button sein. Einfach mal raufklicken, Glocke aktivieren, damit ihr auch wieder kein Video verpasst. Ähm, ja, wir machen eben halt ganz schön viele Videos, wie ihr auch seht, hier unsere netten Playlists mit random Stuff, auf Tritts und Tipps und Tricks zu jedem möglichen, unter allen möglichen Spielen, live streamen, wir machen Informatik. Einfach alles, worauf ihr Bock habt, worauf wir Bock haben. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir euch beim nächsten Mal wiedersehen. Hade, Rhein und ciao, ciao. Hade, Rhein und ciao. Bis zum nächsten Mal.